so liebe Leute ich bin wieder mal hier bei Sonic Generations ich hatte echt die letzten paar Packs schon fertig gehabt aber irgendwie haben hier verschiedene Sachen nicht funktioniert deswegen werde ich jetzt hier einfach mal dass sie wiederholen mit den ganzen Scheiß-Facts na los geht's los was ich bekommen habe waren ein paar Lieder die nicht unbedingt die besonders waren irgendwie nicht die besonders ähm shit shit ja da ist so besonders quasi so ein bisschen so oh yeah das ist das auch okay so das geht jetzt noch gleich viel schneller und jetzt schließen wir noch mal einen Top-Bud aber im Endeffekt ich bin schütt ja am Ende ist noch viel schneller aber im Endeffekt ist das eigentlich echt viel besser shit was ich noch so neu mache da ä ähm bis daddy mal krank war ja childhood 모습 ja mit mal kurz umstellen müssten weil ich nämlich auch nicht auf deutsch umgestellt habe das übelst schröpfe 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 was übergeben wenn die kreisung die teile von mir aus wenn ich mich vergesst im schluss noch mal zeigen wir haben wir vermuten eigentlich die deutschen die todesstrafe halten aber naja soooi ja so mein name danke für diese diese münzen aproposierend jetzt gehts aus wir gehen aus und dann sind wir fertig soo soo ok ein sailer hier ist dann so und wir nehmen doch das Oh shit, ich bin auch hier. Video ist leer. So, ja, ihr kennt das schon auswendig. Hier haben wir das Video 10. Mal angesehen. Weil nämlich ein paar Parts gefehlt haben. Deshalb wiederhole ich diesen Cut noch mal. Holy shit, jetzt habe ich ihn gebaut. Soll ich jetzt mal ein Indemus zusammenbekommen? Also, hier. Also, hier, ich glaube, das habe ich. Und jetzt, ich habe ein paar Helms, Dio. Ah, ja, ja, ich denke das, ich habe hier. So. ... neun... ... neun, 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 neun... ... ne, dann ist unser Age of Ampirus. Ich guck das jetzt einfach bei den neunen Streibern, dass ich die letzten Erlaubnis kriegen, die er bekommen hat. Ja, dann ist er immer in der Höhe. So, jetzt sind wir frei. Und ich sehe da eine Uhr, aber ich brauch nicht scheiße. Ich komm nicht scheiße nicht mehr, wie ich das jetzt... so, was meine Uhr, die brauche ich jedenfalls nicht, das ist egal jetzt geht das so, scheiße, bis jetzt nicht so ja, piepst mir ins Ohr, bis jetzt die hier go, here go nimm's auf so, entschuldigung, fahre ich mich ein bisschen anders an, ich habe mir meinen alten Kopf auch wieder mitgenommen, weil ähm so ist ich ehrlich gesagt, ah, 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 ah ja, ich hab's gegangen, eh so, na jedenfalls, dem Mo war ich, ja, ich wollte eigentlich mit Marco, einem anderen Kumpel, einen Borderlands zum Beispiel aufnehmen, wo dann was anderes, aber das haben wir jetzt abschminken können, ich habe ein Mikro übelst Kacke war, mein neues hat Kack-Qualität aber es funktioniert immerhin besser also man hört mich lauter die auch die Wiener und die sich im Team mit dem Jahr gestorben Zahnarzt Ich will zum Beispiel über die Stacheln ein paar mal reinspringen. So, ich bin hier rüber. Start, 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 start. Yes. So, wieder mit Rekomenten. Ja, 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 ja. Oh. Warte. B. Was? Nein, ich will nicht. So. Ich bin so gemengt... 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 So blablabla... So jetzt zum nächsten... Sonic... Ich glaube, ich habe noch nie bekommen... Ich bin so... Ich bin so... Du... Du WF ist dein Double Gang, oder? So, ich hab diesen Ausdruck... Aber die beste wie... Wie Deutsch... Hey Sonic! Du musst deinen Doppelgänger holen! Äh... Ich werde wieder einen Doppelgänger holen... Jedenfalls der Scheiß dann... Uh... Klartform... Wieh... 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 Nimm... Nimm... Nimm mal... Nimm mal den Ring auf... Danke... Wieh... 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 Www... W wieh... W network. Nitos! W 8... W wueth... WTFUCK!! Das war grammar... Was? 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 Ich mach einfach mal weiter. Ich weiß schon nicht, wo irgendwas geht, aber ich mach einfach noch. Aber egal was ich mach, ich mach es irgendwie gut. No. No. Ich kann mir nicht sagen, wie war das gerade endbar? Okay. The fuck, was ist denn voll für mich verkehrt? Irgendwas mache ich gerade richtig. Ich weiß noch immer noch nicht was, aber ich mach es richtig. Auf die Apart from Crap. 30 Sekunden Vorsprung, na ganz toll. Irgendwas ist gerade extrem verkehrt mit mir. Ich könnte jetzt eigentlich irgendwo überstehen wie I wanna be the guy oder so. Oh! Ich glaube, ich werde das nicht machen. Oh, das ist richtig. Oh, das ist richtig. Wir sind direkt hier wieder schon. Weckle. Fuck. Und wegen solchen Kaffee, die hat die ganze Zeit vertreten. Es war nur ein A oder es war ein Ember? Ein Imb! Ah! Schlechtes Rotschen ist schlecht. So. Was müssen sie zusammen machen? Kleine schießen, blablabla, ja ich schieße sie keine auch gleich wieder. Ah, das sind die... Ah, ja, das sind die... Die Argo-Tinder. Die rechte Argo-Tinder. So, jetzt habe ich wieder mal... Ey, ich habe eine Mönche! Yes! Ich bin so... So, das war's mit meiner Mönche, ja? Ah, ich habe wieder Mönchen. Yes! Oh, ich geh zu mir mal Kalt umbringen. Oh, ich geh zu mir mal Kalt umbringen. Oh, ich geh zu mir mal Kalt umbringen. Ich glaube der Mönche ist... ... ... ... ... Was... ... ... ... ... ... Jetzt. Ich hab noch einen Ruff von mir. Ich hab mich gegen die Stade. Ich hab noch ein Fret-Hop. Shit. Oh. Oh, okay. Oh. Auch MEIN Ich muss jetzt schon nochmal schlafen, muss ich nicht so fahren Ich bin in die Gang, weil ich dann Ah, ich hab was für drumladen ehhhhhhhhhhhhhh lau Standspringen schon so groß wie sie spielen sowohl ich hätte auch die Probe sein und er hat ein paar Stucke so ah wääh Sonic hat die Fähigkeit also ja ich hasse mich auch du auf so Ich hab immer Finger Das war das erste Das ist wie ein Jey-Schweinebacke. NAY! Wie geht das mit dem Wack? Ich weckse ihn mal einfach von anderen. Und fangen wir einfach mal da an. Was denn so machen wir, soll er machen sich immer, es fehlt sich. Sterben! Yeah, eine schöne Option. Ah, das ist die Abbruch-Bam-Bam-Motion Einmal reichen, ein, 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 ein... Glück! 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 Kau! Kau! Wohohohoh! Das ist nicht. Aha! Ja! Kau! 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 Aha! Nein! Kau! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017